Hallo und herzlich willkommen zurück bei Two Weekend. Ich bin's, der Blackjack. Heute spielen wir wieder World War Z. Diesmal geht's in Jerusalem weiter, nachdem wir im letzten World War Z-Folgen ja es geschafft haben, New York zu überleben. Natürlich souverän, ohne Probleme. Brauchen wir nicht sagen. Selbstverständlich. Ja, auf der höchsten Schwierigkeitsstufe zwei. Auch heute spielen wir wieder auf der Zwei und gucken mal, wie es läuft. Ja, ich glaube, man muss sich, man muss sich, glaube ich, auch immer erstmal einspielen halt, ne? Dann auch mit dem jeweiligen Team und dann muss man natürlich auch gucken, dass man irgendwie am besten halt irgendwie zusammensteht, weil sonst hat man da nämlich keine Chance. Genau, dass der Dün nicht wieder vorrennt, sowas in der Art. Oder du einfach irgendwo alleine stehst. Ich stand unten beim Munition. Ich habe gesagt, ich muss Munition nachfüllen. So, und wie gesagt, das ist alles gut. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das ist ja das Beste und das Wichtigste. Und erst hinterher, nach der Aufnahme, bringen wir uns gegenseitig um. Zum Beispiel. Ja. Na, Ladespiellogik. Ich werde Zombie. Welche Logik? Achso, Zombiespiel. Warst du doch schon. Ja, das stimmt. Aber ich will nochmal Zombie werden. Die leben länger. Wie sieht es aus da aus? Zeke, 300 Meter tief in Greengolds Haus. Wir müssen einen Halt für Backup. Er ist tot, wenn wir warten. Wir müssen ihn jetzt raus. Ja. Wir müssen einen befreien. Also, pscht, leise. Alter, jetzt habe ich einen Rucksack mit Patronengurt drauf. Wo ist jetzt bitte die Mini-Ger... Die ist weg dafür. Ich sehe auf alle Fälle rechts ein MLG liegen. Rechts, da, ja. Genau. Hey, siehst du das? Die Checkpoint hat ein Alarmsystem. Eine Diversion. Wir bringen sie hier und klären unseren Weg zu dem Haus. Wir sollten diese Stragler und dann bauen die Fände. Aktiviere die Lautsprecher, wenn sie bereit sind. Larker ist weg! Bob Wild ist fertig. So, okay. Weiter. War du ein Flammenwerfer? Ja, natürlich. Nein, ihr könnt doch du nicht ein Flammenwerfer geben. Der hat, der weiß bis jetzt noch nicht, dass wir, äh, dass wir, ähm, ja, das... Hast du denn, gibt es geröstet in Black? Ja, du weißt doch, Friendly Fire, das hat er noch nicht so verstanden. Aber ich finde, mein Charakter hat einen geilen Arsch, muss man sagen. Wollt ihr jemanden Scharfschützengewehr? Hier ist eine Kettensäge, falls jemand will. So, und ich, jetzt kann ich hier, äh, werden wir hier kämpfen müssen, weil ich kann jetzt noch mal Stacheldraht füllen. Kannst du hier vom Tor links? Hier? Wo hier? Hier, man ja. Äh, nee, da vorne nicht. Hinten, hinten, hier hinten kann ich überall liegen. Die Frage ist, ob ich soll. Im Notfall lasse ich das erstmal frei. Wenn wir sehen, äh, wenn wir hier, wenn hier Gegner kommen, können wir immer noch. Bzw. die werden kommen wahrscheinlich. Hier ist ein, äh, Dingens, okay. Dann mach ich hier hin. Hier. So. Perfekt. Gut, trigger mal da oben. Ich trigger mal, ich drück mal drauf. Mal gucken, was da Schönes passiert. Nööö, hier ist noch ein Scharfschützengewehr. Hm. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht hinter, hinter mir. Ja, das wär du. Gäst, wenn wir hier oben hingehen, alle. Wo du und ich sind. Ja, da will ich auch gleich hin. Ich will nur das... Äh, genau. Dann schießt du noch das Ding ins Werk. Oh, da kommen sie. Ah, hier kommt auch von der anderen Seite auch noch welche. Ja. Ich bleib mal hier auf der Seite. Neben mir ist einer. Haben. Danke. Oh, das war dümm. Achtung. Achtung, da kommt welcher. Hinter dir, hinter dir. Vorsicht. Happen. Ich komm hoch. Jo. Hier von hinten kommt auch. Okay, ich bin gerade ein bisschen im Bedrängnis. Und da kommt wieder so ein scheiß fucking dicker Mann. Ja, ja. Die ist doch schön. Hat er gesagt, Händelgummi? Screamer irgendwo? Da hinten? Okay. Blood. Hinter euch. Geht ja schon gut los. Ja, bisher ist er noch recht entspannt, kann man sagen. So. Feind, Feuer frei. Ich geh mal Muni füllen. Ist ja auch. Hä, okay. Reiche Gringo's House, hier unten. Drück mal drauf. Hier hinten lang. Hier hinten. Oder ist da hinten irgendwo eine Kiste? Nee, ha? Nee. Gut, dann. Abmarsch. Hier ist, äh, hier, Mollu. Molli, nehm ich mal mit. Hab ich. Hast du? Hat er, hat er, hat er. Ja, kein Problem. Hat er. Get your ass in here and seal the door. Genau. Ärsche rein und versiegeln. Oh, hier, Barrikade. Kannst du das wieder zumachen? Ja, ja. Hoffe ich. Oh, ja. Ja, wie vorher, ne? Cool. Oh. Ja, und sie kommen auch. Oh, hier ist wieder eine Kettensäge. Hat ihr jemand schon eine Kettensäge? Äh, nö. Äh, ich hatte sie mal, ne? Die macht Spaß. Ja, ich glaube auch. Die macht schon wirklich Spaß. Achtung. Hat ihr auch Munition oder ist sie permanent? Äh, Treibstoff. Okay. So, dann gehen wir mal hoch. Warte, ich mach nur jetzt. Genau, naja. Achtung. Raus aus der Wolke. Wo kommen die hier aus? Dicker. Oh, Alter, ja. Achtung, Wolke. Raus. Raus aus der Wolke. Verdammt, wo gehst du hier lang hier? Hüge hoch. Na, wer huße denn? Weniger rauchen. Ja, ne, wenn du nicht auf den Kopf zielst. Ja. Ich lade noch. I'm reloading. Ich auch. Okay, platt. Was hat sie gedacht? Zum, zum... Äh, hier liegt... Raketenwerfer. Äh, ich hab noch meinen MLG. Ambrust. Medipack. Hier ist schon wieder ein Streamer. Hier oben. Okay. Glaube ich hab ihn. Gas. Gas. Oh Gott. Ich geb Gas. Ich geb Gas. Achtung, hier kommt ein Digger. Digger. Wo ist hier? Ja, ich seh nix. Im Gas kommt ein Digger. Im Gas ist ein Digger. Ah, da ist er. Oh, ho, ha, puh. Okay, ich bin gleich tot. Glaub ich. Ich lieg schon. Wurf, sag doch was. Okay, es hat noch gehalten, okay. So, ähm. Spucker. So, warte, ich muss mich mal ganz kurz halten. Okay. Ich bin auch fast tot, aber nur fast. So, hier hinten mal noch... Hier ist, hier, hier ist einer. Hier ist noch ein Sunnypack. Ja, wer braucht den nötig. So. Okay. Ich hab ja erst gefragt, aber du wolltest gleich. So, na gut, dann nehm ich mal hier die Panzerfaust mit, wenn die keiner haben will. Ah, ich hab noch die Kettensäge. Ich hab noch das MLG gehabt, aber... Ich hab noch den Flammenwerfer, aber den will ich eigentlich erst gegen Ende einsetzen. Das liegt auch... ...gehabt, Black. Hm? Das liegt wieder da. Nein, ich sag die Betonung liegt auch... ...gehabt. Ja, natürlich, weil ich ja die Panzerfaust dagegen eingetauscht habe. Splittergranaten. Nee, hab ich schon. Richtig. So, okay. Ich hab hier ein Hochspannungsnetz. Na ja, dann mach das mal irgendwo hin. Okay. Hier gibt's Mollys. Negative Alpha, they're almost on top of you. You have to engage. Let's get this place locked down. Ich würde sagen, noch keine Barrikaden... Aua, hallo, Hilfe. Mist, Vieh. Noch keine Barrikaden da richtig. Da müssen wir durchschießen können. Was ist denn oben? Hier ist wieder eine Kettensäge, die ist scheinbar echt beliebt hier auf der Map. Ja, nützt vielleicht auch was. Wer weiß es schon. Oh, 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 oh. Ich geh mal hoch. Okay, jetzt ein Screamer. Alter. Okay. Okay. Der Ticker hat mich. Wo ist du? Ich bin draußen. Okay. Ich bleib mal am Treppenhaus, weil da gaben auch... Du, hier draußen ist eine Scheißidee. Ja. Dann wieder ins Haus. Weißt halt nicht, wo man jetzt am besten halt verteidigen kann, ne? Hier, bei mir am besten. Hier, weil du hast drei Ecken, wo sie kommen, aber nicht von hinten. Wo das Munition unten ist. Ja, das ist das Schwierige, aber wie gesagt, die kommen ja auch trotzdem von oben runter und dann drüben. Achtung, ich muss nachladen. Noch jemand? Du, pass auf, du kannst auch seitlich angegriffen werden, ne? Ja, ich weiß. Ah, da kommt jemand. Okay. Achtung, du, seitlich. Ich versuche, die Tür, linke Tür, alleine zu halten. Okay, dann gehe ich mal ein bisschen hier. Ich versuche so an der Treppe mit. Und ich versuche Treppe und Tür im Auge tragen. Okay, da kommt ein Digger. Scheiße, Alter. Ein Digger kommt. Da kommt zu mir. Ich bin der Typ mit dem Taser. Ich bin der Typ mit dem Taser. Oh, da kommt noch ein Gifttyp. Da kommt noch ein Gifttyp. Ich schalte den Gifttyp aus. Den Gifttyp habe ich. Und rein erstmal. Digger weg. Digger weg. Da wieder, du. Okay, ich gehe wieder. Oh, Alter. Okay. Und jetzt muss ich nachladen. Da kommt der Typ rein. Alles klar bei euch? Bis jetzt. Bis jetzt. Kurze Wache natürlich, ich muss nachladen. Ah, hier kommt. Nachschub. Treppe. Ich bin wieder okay. Wunderbar. Das hat ja gar nicht getroffen. Du hattest einen ganzen Fanclub hinter dir. Ja? Oh, danke schön. Das ist ja nett von dir. Ausnahmsweise. Kann man jetzt irgendwo mal nachladen? Wo war denn das? Unten war das, oder? Unten. Unten. Oh, Digger, Digger, Digger. Digger, Fettbacken. Okay, der hat mich gleich. Okay, ich gehe mal runter und gucke mal. Das war hier unten, ne? Die Luft ist eh rein. Oh, cool. Gut. Wir müssen den Doktor oben rausholen. Jetzt, äh, offensichtlich eine Beschützungsmission. Auch das noch. Das geht nicht. Wisst ihr was? Ich verbarrikadier jetzt noch die Tür. Ja, mach das mal. Wir müssen eh hinten raus. Ja. Also die Wand hat auf jeden Fall ein bisschen was abbekommen, muss man sagen, hier. Nur so ganz leid. Oh, äh, es kommt Nachschub. Ach, das ist ja kein Problem hier. Ich gehe mal in den Keller. Ich gehe mal in den Keller. Bleib hier mal unten. Äh, Mist, hier ist kein Keller. Hier geht's nur raus. Toll. Aber da muss doch irgendwas sein. Das ist nicht zu einfach gewesen. Wir sollen zwei Aktentaschen finden. Ja, genau. Die werden irgendwo unterwegs sein. Jetzt auch. Daki, kommst du? Ja. Hier sind relativ viele, glaube ich. Hier ist noch, äh, ein Mammoli. Oben ist ein Schreihals. Kriegst du den Platz? Nein. Das ist nicht gut. Da bin ich schon wieder giftig. Da ist er. Ich habe ihn. Und ich muss mich. Oh, da ist schon wieder ein Geschick. Ah, Fug. Äh, Abin. Okay. Irgendwann müsste, müsste ich mich mal verteidigen, denn ich muss mich heilen. Äh, ja, äh, bleib hier. Jo. Vorsicht, du, da ist ein Geschick. Ja, ich sehe das schon. Achtung, hinter dir. So. Hab's. Ja. Uh, dicker. Warum tragt er immer Hembergummi? So, ich müsste mich auch mal heilen, bei Gelegenheit. Hilf die, hilf die. Keine Sprengladung. Wir müssen da hinten rein, Leute. Durchsuchen, durchsuchen, durchsuchen. Ah, ja, durchsuche auch nach Zombies. Warte mal eben, ich habe eine Sprengladung. Ich mache mal eben die Container da hinten auch. Ja, gute Idee. Wer weiß, was da drin ist. Ich nehme lieber die Sturmschmutzplänte. Mhm. Die klingt auch nicht schlecht. Kompakte Schrotwinde, sekundär. Äh, und, äh, PDV, sekundär. Nehmen wir das hier, sekundäres. So. Ich habe keine Taser, äh, keine Taser mehr. Ich habe noch Mollis. Läuft das denn mit dem Taser? Ist das zum Aufladen dann immer? Mit Munition oder was? Ja, das ist das, was wir werfen, hat er als Taser. Ach so. Genau. Scheiße, hier hätte ich mal die Sprengladung für verwenden sollen. Oh, ich habe eine Aktentasche. Oh, ich habe eine Aktentasche. Ja, gut, die andere ist offensichtlich woanders. Wir müssen wieder runter. Nicht oben. Ja, ich würde sagen, auch gar nicht in dem Haus. Ja, ich würde, genau. Okay. Wo, Lurker? Da. Fall da mal um. Du Mistvieh. Mach ich ne Fresse. Screamer. Den haben wir. Okay, danke. Gerne. Hier klang gerade nach Bombenmann, 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 Bombenmann. Sorry. Hat einer noch ein Medikit, weil... Nee, hat einer mal Platz, um mich aufzustellen? Der fühl ich ja gerne, aber ich werde gerade in den Boden gerammt. Ah, mal wieder. Ja, muss ich dich wieder aufheben hier, ne? Freundchen. Ach stimmt, du bist ja das Mädchen. Warte, und die Gifties. So wieder? Aber, aber erwischt. Äh, macht's schon über den Taschen. Ja, toll. Ja, oder? Das ist doch eh verloren bei ihm. Ja, aber das Medikit ist doch mal nicht verschwendet. Ja, genau. Geh mal außen rum. Hier ist safe. Aktuell. Noch. Genau. So. Okay, bin drin. Ich hab immer die Ladung genommen, damit ich wieder Taser für den Dick. Okay. Hey, watch your fucking leg. Oben wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, beziehungsweise hier ist noch eine Tür. Können wir aber auch wieder nicht aufspringen. Und hoch ist grad schlecht hier. Irgendwo, wo geht's denn da hoch? Ja. Treppe vom Eingang aus. Aha, ach so. Hier ist noch um das Verbandskasten. Wo ist hier? Hier, hier. Ich hab mal genommen. Ja, ist ja okay. Ist okay. So, jetzt müssen wir aber zu dem PüBi zurück. Ja, ich wollte eigentlich... Schade, hat nicht geklappt. So, okay, nochmal verteidigen. Nee, eskortiere Typen zum Evakuierungspunkt, okay. Yay. Ist typisch schon eskortiert, frei? Ja, ist frei. Wir können den aber auch nicht nochmal anklicken, also... Ja, da kommst du, glaub ich, schon nach, oder? Nach oben. Wieder nach oben. Nee, da ist noch nicht frei. Ach so, hier, aufbauen. Wir sollen erstmal reingehen zu dem. Alle herkommen. Ach so. Ah, okay. Der Rooftops, genau. Der Rooftops. On the Rooftop. Aber die Dächer, wer sind wir denn? Assassinen? Ja. Natürlich. Wir müssen uns hier verteidigen. Ja, wer hätte gedacht? Oh, da sind ein paar mehr, Alter. Ja. Wir betreiben die nicht. Oh. Was denn jetzt? Crash-Dump-Sending-Utility. Ja, super. Ich bin raus. Ja, ich hab's gerade gehört. Das ist schlecht. Was ist schlecht? Äh, dass, äh, Darkie aus dem Spiel ist. Aus dem Spiel? Ja. Oh, das ist ja schlecht. Versuch nachzudäunen. Ich glaub zwar nicht, dass es geht, aber ich versuch... Ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Game machbar ist. Bist du eigentlich, äh, Ethan? Ethan sagt er mir jetzt. Okay, äh, du wurdest scheinbar... Gleich ersetzt. Ja, du wurdest gebottet. Oh ja. Oh ja, er wurde ersetzt. Na gut. Wir haben etwas. Na Gott sei Dank, dann schaffen wir's ja. Ja, das ist das Wichtigste. Jetzt ist ein guter Spieler dabei. Endlich. Hör ich mir. Wollen wir vielleicht weitergehen? Ja, warte, ich fülle Munition auf hier. Ich auch. Uh, fuhr. Wo gehen die denn hin, oder? Ähm, die gehen irgendwo hin, wo... Äh, wo man hochklettern kann. Wo man hochklettern kann. Oder auch nicht, wo wollen die hin? Die wollen zum Hueli. Äh, aha. Ja, warte mal. Ja, das gibt Quatsch. Ich kann nicht joinen. Ja, tut uns leicht. Ist grad schwierig. Alles gut, alles gut. Alter. So. Man down? Ja. Wo ist man down, oder? Da draußen. Da geht's down, also. Echt? Das ist ja down, scheiße, Anna. Oh, so. Ich muss mal kurz aus dem Gift raus. Oh, Lilly auch. Mhm. Danke. Da ist noch ein Verbandskasten gewesen. Hab ich. Okay. Ähm. Weiter. Weiter, weiter, erstmal. Weiter, 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 weiter. Hier ist noch ein Kollekocktail. Ja, den kann man dort lassen, hier. Die, die sind scheißegal, Alter. Du, du weißt, du hast die von Schaden machen? Wer jetzt? Die Molotow-Cocktails. Nee, ich mein jetzt hier, die Zombies da. Die kann man doch erstmal so lassen. Warte, ich heil mich direkt mal. Stop, 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 El Black, stop. Du hast mich geheilt. Oh, scheiße. Ja, ich heil dich hier. Komm, bleib hier. Bleib hier, du Noob. Das, das, das habe ich sehr gerne gemacht, der, äh, Lilly, weil du brauchstest das. Das ist echt lieb. Ja. So bin ich. Echt und lieb. Hm. Oh, hinter uns. So. Da ist noch eine Kiste, dort hinten. Die sollten wir vielleicht mitnehmen. Ah, ja. Jetzt glaube ich noch irgendwie C4, kann das sein? Ja, Sprengladung. Sehr schön. Ja, genau, genau. So, Sturmkarabiner und Sturmschrotflinte. Tauche ich euch mal gegen die Kampi aus. So. So. Verteidige das Dach, bis der Hubschraube bereit ist. Ja, das war ja nahezu klar. Ja, geh noch mal durch. Oh, hier kommen welche. Oh, scheiße. Jetzt kannst du bald deinen Flammenwerfer einsetzen. Ja. Das war's dann eh bald. Ja, das wird dann gleich gewesen sein. So, hinter mir, die. Wo sind sie denn? Alter, die kommen hier alle hoch. Ja. ja sieht mir sehr gut aus. Bis jetzt? Hier von der Seite? Ja, ich muss mal... Okay. Hier unten wieder. Alter, Hilfe! Äh, ich brauche einen Verbandskasten. So, Verbandschrauber. Verdammt, ich liege hier vor dem Hubschrauber. Wir erreichen den Hubschrauber. Ja, danke. Darky hat mich gerettet. Ja, gern geschehen. So, sehr gut. Wir sind durch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir haben die Folge auch gar nicht überzogen, sehe ich gerade. Kein Stück. Müsst du dir jetzt nicht ungefähr die Länge von einer halben Stunde haben? Ja, das war fast eine halbe Stunde, ja. 27 Minuten und 13 Sekunden. Ja, das cutten wir. Das cutten wir in der Mitte durch. Bist du sicher? Ja, machen wir. Das ist doch schön Spaß. Ich habe oft solche Folgen. Ja. Du bist der Spaßverderber. Tut mir leid, Leute. Ihr wisst ja, ne? Ja, blablabla. Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja. Also guck die Folgen lieber bei Bio unterstützt mich, weil ich würde die ja länger machen. Ja, also irgendwie war das Ende ziemlich einfach. Ja. Also mit Isen auf jeden Fall. Ja, genau, genau. Mit Isen. Naja, ich sag mal so einfach, ich weiß nicht. Also es war machbar. Es war machbar auf jeden Fall. Ja, ich muss ja sagen, also jetzt auch wirklich gut, das war jetzt halt Episode 1 von 2, wenn man das halt so möchte. Also jetzt, also auf Station 2 halt, ne? Kapitel 1 von Episode 2, genau. Richtig. Es wird aber auch garantiert da wieder so sein, dass es halt langsamer anfängt und stärker endet. Ich gehe auch davon aus, ja. Mit Sicherheit sogar. Genau. Ja, ich würde sagen, das war's dann. Ich kann dann noch ein bisschen upgraden. Genau, wir werden aber hier die Folge beenden. Upgraden können wir ja auch offscreen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Eventuell dann mal wieder was anderes. Wir werden hier auch erstmal die Aufnahme beenden, denk ich mal. Oder... Ja, genau. Ne, ne. Genau, erstmal beenden. Ne? Das war's dann erstmal. Genau. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und falls ihr auch hier einfach mal mitspielen wollt, dann einfach melden. Ne? Eben. Eben. Genau. Wenn ihr das Spiel nicht habt, im Epic Store. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Leute, bis denen. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.